Wollen Sie vielleicht noch ein bissel kotzen? Da haben Sie ein Hello Kitty Gummibärchen So Schnelltag noch Schnell weg, schnell weg Nee, da kommt ein Zischulisern dran ich hab eine Nachricht geschrieben, das Auto ist mein, du demolierst und... Ich will es? Ich hab ihn doch auch gerade angesprochen. Ja, da sagen sie, ich bedanke mich. So, äh, Kollege, hast du noch das Hello Kitty? Ich hatte wie gesagt nur Spider-Man. Ah, ist Hello Kitty. Nee, nee, ich will Spider-Man. Sie kriegen beide. Nee, sie kriegen Hello Kitty. Ist männlicher. Ja, er Spider-Man und über das Spider-Man ist Hell-Kitty. Soll ich das jetzt gemacht? Ich will doch Spider-Man. Die sind süß. Ich hab' dir gesagt, deine männliche Geschichte sollst du außerhalb der, äh, äh, ja, außerhalb der Geschlechtzeit machen. Ja, komm heuer leiser. Also mein Kollege ist, wie gesagt, ein bisschen blitzblanker, ja? Ja, tut mir leid für mein Kollege, aber da ist, wieso man das sagen, er steht nicht auf Frauen. Ja, nein, sie hilft doch gar nicht. Was? Ich krieg's doch hier kein Gerücht. Hab's ja leid. So. Wir kriegen Hello Kitty. Noch ein bisschen volltanken. Kannst du nicht, was für ne Farbe das ist? Ja, pink ist Hello Kitty. Wow, Express. Vollmännlich. Ich mach' ihnen gleich eine Hello Kitty Pflaster auf den Nacken. Ohohohoho. So, jetzt kriegen sie, jetzt kriegen sie Hello Kitty Radschrauben. Nee, 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 nee! Weg damit! Ne, ne die kommt da jetzt rein, da müssen sie uns zur Westen fahren飛биItание herren lassen. Hey, dejar dir die kleine Hände! Ja, das ist ja. Er ist so, nicht ihr Ernst! Das können sie doch nicht. Er ist doch, das können wir noch nicht, hab' ihnen einutoile vergessen! Hey, aufstehen hier! Ne, ist auch schön! Ist auch schön, Herr Rucketich! Wasuni denn? Ne, 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 nix, Wen Rosal! 速 erstmal aufsteigen und den Herren räumen! der der wach und die gestreifen auf mein es war genau 22 Zoll der 1 1 wir haben sie aber schon Hallo Kitty drauf was ist dauernd so schlimm? der rechte Herr ist höherrangig den kann ich nie bestrafen sie sind höherrangig gegen diese Vorgehensweise ihres Kollegen nein wissen sie was? sie können mich bezahlen für mein Service nein ich kann mich bezahlen dass ich hier anwesend bin nee sie wollten Hallo Kitty Hallo Kitty Sie können mich jetzt sofort bezahlen egal wie wir ich nehme alles 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 mich nicht gebirgen nein 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 kein Hello Kitty kein Hello Kitty versprochen aber wollen sie jetzt noch eine bezahlung haben oder nicht? ja glaube ich nicht aber kein Hello Kitty eventuell die Schlimmikablette Hiiii Also die Flüsse mal mixieren, halt? Ich hätte auch noch. Und viel Spaß beim Schlafen. Was hast du denn gegeben? Den Narkosepülle. Dr. Miller, 17 Uhr und 42 Minuten. Ja. Die Fahrpfahrt ist automatisch. Achso, hier, moin. Ja, aber ich weiß, bei irgendwas wirst du immer noch gefragt, extra. Habt du wirklich schlafen? Das war Mario Anna. Ach ja, stimmt. Das war Mario Anna. Was will der? Ich bin unter Drogen. Ich bin wieder auf Autofahrer. Saar Reife ist schon wieder kaputt. Hä? Er hat sein Auto schon wieder kaputt gemacht. Meine Karre ist kaputt. Mensch. Können Sie kein Auto fahren? Ich wurde unter Betäubung gesetzt von EG-Mann. Sie wollten eine Bezahlung. Sie wollten eine Bezahlung haben, also. Hallo, ich wurde unter Drogen besetzt. Meine Reifen quietschen. Ich mache das ganze Auto jetzt mit der Loketti. Ich habe hier. Ich konnte nicht mehr in die Welt fressen. Ich habe hier. Ich habe hier. Ich bin jetzt schön. Ich habe hier. Ich bin jetzt so. Aber Ihr Vorgesetzter hat mich unter Narkose betäubt. Ohne mein Willen. Zander, das hat der gemacht? Er hat mir Narkose eingereicht. der Trüger drücken sie noch mal hier in der Nähe der Nähe der Nähe des Paragraphs die Brüder von der Nähe der Linie da haben sie Lust auf Streifendienst haben sie Lust auf die Nähe der Kräfte ist ein bisschen leichter Leibstuhl zu werden Tut mir leid, er soll dann noch etwas leid ich gebe dir noch mal ein bisschen herrlich die Bummi-Belche so also brauchen wir noch etwas Gummibärchen so Schnelltack noch! Schnell weg! Schnell weg!